So, naja, wertvolle Zeit haben Sie durch Rolex begleitet. Schauen Sie mal da oben, da steht Rolex. Vielen Dank für die etwas andere Audienz. Und unter dem Motto des Kaiserspruchs, schauen wir mal. Jawohl, und schöne Grüße an Udo. Das werde ich tun. Ich schreibe ihm eine Nuance und Sie sind mit dem Vornamen. Mein Vornamen, der kennt das nicht, Adelheit. Und das behält kein Mensch.